Ciao ragazzi, mein Name ist Capo und heute kommen wir zu einem ganz speziellen Video. Wir sind hier nämlich in einer ganz traditionellen Bäckerei. Viel Spaß dabei! Wir sind hier in Ginosa, in der Heimat von meiner Mutter. Auch wenn ich hier nicht oft war, ich habe hier ein paar Bekanntschaften gemacht und die haben mich eingeladen, mal in die traditionsreichste Bäckerei von Ginosa zu kommen, um mal hinter die Kulissen zu schauen, wie so traditionell gebackenes Brot in einem 300 Jahre alten Ofen hergestellt wird. Und seid gespannt, das ist nämlich sehr geil. Die Bäckerei heißt Panificio Piccolo, aber nicht, weil es klein ist, sondern weil es der Nachname vom Bäcker ist. Und jetzt schauen wir mal rein und gleich stellen wir auch ein paar Fragen. Kommt mal mit! Schaut mal her, hier haben wir den Verkauf. In der Mitte haben wir die Produktion, hier wird der Teig geknetet und die Focaccia vorbereitet und das Brot. Und links, in der letzten Tür, haben wir den Ofen. So, ragazzi, wir sind jetzt dabei, diese leckere Focaccia zu probieren. Ich bin sehr gespannt. Sie ist auf jeden Fall sehr soft, viel softer als alles andere, was ich bisher gegessen habe. Geruchlich sehr intensiv und, ja, ich erwarte einiges und ich glaube, es wird auch alles erfüllt. Das ist wirklich, du kannst keinem erklären, wie gut das schmeckt. Geil, ne? Boah! Oh Gott, das ist lecker. Ragazzi, kommt mal mit mir mit. Wir gehen jetzt eine Runde durch den ganzen Laden. Wir fangen hier an, Verkaufsstand und dann geht es weiter. Hier haben wir die frische Focaccia aus dem Ofen gekommen. Wir haben hier Antonello, den Sohn, du siehst für Pico, du bist da? Ja, sieh. Der kleinste von euch. Ah, gut, ich mache dir, du. Sieh, sieh, sieh. Er studiert in Bari und in Bari sagt er bei Fiore, das ist die Focaccia, die wir übrigens nachgemacht haben, ist die Focaccia auch sehr gut. Ja, hier haben wir den kleinen Verkaufsraum und dann geht es weiter in das Labor-Vorbereitungsküche, wo Cassino gerade die Paprika vorbereitet. Hier wird der komplette Pack vorbereitet, morgens und dann mit mittags das Brot und die Focaccia fertig gemacht. Leider waren wir ein bisschen spät und wir haben nur noch die letzten Focaccia aus dem Ofen kommen sehen. Ansonsten backen wir auch Brot und andere Sachen. Und wenn das ganze Brot dann fertig ist, wird es hier in diesem historischen Ofen gebacken von 1750. 1750, das sind fast 300 Jahre Geschichte, die hier stehen. Und nach wie vor wird hier noch Brot gebacken. Als ich eben hier angekommen bin, ich hatte erstmal Gänsehaut, weil wo gibt es das bei uns? Gibt es nicht. Und er hat mir erzählt, dass er meinen Opa auch schon mit Brot geliefert hat. Und das ist schon zig Jahre her, weil mein Opa habe ich nie kennengelernt. Und ja, was ganz Besonderes hat mich auf jeden Fall gefreut, da hier zu kommen. Hier wird ausschließlich natürlich mit Holzfreiheit, wie man hier sehen kann, das ist Holz vom Olivenbaum. Und dann seht ihr hier diese riesigen, langen Schaufeln, weil der Ofen ist tief. 5 Meter tief. So 70 bis 80 Brote passen hier rein. Ich danke euch, dass ihr euch das Video wieder bis zum Ende angeschaut habt. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und mich dabei unterstützt, um weitere Videos in dieser Form zu produzieren und euch die italienische Kultur ein bisschen mehr zu bringen. Ciao.